So, hallo, da sind wir wieder und nun möchten wir gern dieses Rätsel hier lösen. Ohne dieses Rätsel geht es ja nicht weiter. Okay, das hat irgendwas mit diesen Symbolen hier zu tun am Himmel, hundertprozentig. Noch was? Zwei, 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 zwei. Zuck mit Bubkin jetzt mal was her. Ach, verdammt. So war es, genau. Ah, wusste ich es doch. Ach, ich mag die Musik. So, ah, können wir zurückschneiden. So, wo war das Symbol? Komm her, Symbol. Ach, Mann. So, jetzt. Jetzt, jetzt, jetzt. Oder jetzt auch nicht. So, hier haben wir das. Das ist schön, dieses Haus hier zu sein. Okay, wir wollen das. Sag, klack, klack, klack. Gut. Ja, schauen mal. Dann gehen wir rüber. Machen wir mal das. Jetzt gehen wir da schon deeper. Machen das mal aus. Hm? Was war jetzt? Aha. 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 Ah. Ah, da steht ein Computer. Uh, dafür haben wir bestimmt dieses Kette. Kannst du jetzt reingehen? Da gehen wir jetzt mal hin. Da gehen wir jetzt mal rein. Das schauen wir uns jetzt mal an. Neues Lied freigegeben. Wir nehmen das hier mal mit. Und dann schauen wir uns hier mal noch etwas um. So, wir haben jetzt die Diskette. Wir nutzen mal die Diskette mit dem Computer. Und wir schauen einmal. Oh, cool. Ich stehe auf Amiga. Ja, muss ich jetzt irgendwas machen? Was? Was? Ah, was? Kinidu. Äh, Kinu-D-U. Oder was? Ah, nee, Kinidu. Mhm. Hä? Das müssen wir uns jetzt hier bitte machen. Das müssen wir uns jetzt hier bitte machen. Aha. Hä? Wollen wir mal einen Klick? Hm? Okay. E? Jetzt was? 10. Ah, verdammt. Was steht denn hier? Hier stande gerade was. Ah, verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Was wars? 10. Minus 2. Aha, verdammt ich nochmal. Hallo? Nein! Vorsitzend! Hä? Hallo? Wie komm ich jetzt wieder raus? Hä? Ist an dir vielleicht was drin? Hm. Wenn das jetzt hier ein Bug ist, finde ich das ungeheuer unwitzig. Jetzt. Gut. Ich schau nochmal hier drauf. Game over. Aha. Ich möchte gerne hier was machen, weil es blinkt doch hier auch, aber da macht sie nichts. Was? Was haben wir denn hier? Glatt mal schauen. Macht sie natürlich nichts. Oh Mann, ich vergesse immer. Wir haben hier den Stuck. Jetzt habe ich nicht hingeguckt, was dort stand. Gottverdammte Kacke nochmal. Hm. Wir gehen nochmal raus. Hm. Gut. Wir gehen nochmal hier her und machen hier mal weiter. Hm. So. Wie sieht das jetzt aus? So. Klick, 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 klick. Gut. So. Denke ich mal, dass es dann dieses Fenster ist. Dann denke ich dieses. Mann. Und dann, na. Denke ich dieses, oder? Ja, sehr schön. Jetzt kommen wir gar nicht mehr rein, oder wie? Verdammt. So, jetzt müssen wir uns aber das hier anschauen. Ach, ich finde die Musik so toll. Ich weiß, das ist so gestauernd. So schön beruhigend. So. Klick, 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 klick. Also wieder große Wagen. So, haben wir uns das jetzt gemerkt? Ne, ne? So, machen wir das hier, denke ich. Gehen wir eins runter. Äh. Was ist dies? Naja, egal. Denken wir schon. Nehmen wir mal kurz vor. Nehmen wir mal kurz vor. So, jetzt erscheint es gleich nochmal. Klack, klack. Bringt ja auch aufmalen nix. So, das hier jetzt ein Witz. Mist. Oh, jetzt kommt eine größere Wögenlücke. Das ist sehr schön. Komm, zeig nochmal. So, so, so und so. So, so und so. Puh. Okay. Gehen wir eins runter. Und dann das hier nicht. Ähm. Runter, runter. Jetzt denke ich mal das hier. Und das. Ja. Sehr schön. Haben wir auch dieses Rietzel hier gelöst. So, hier kommen wir jetzt gar nicht mal rein, oder? Ach doch. Wir können doch mal hier rein. Find das sehr schön. Aber ich weiß nicht mehr was hier stand. Gott verdammt. Na ja man. Geh doch mal hier ran. Ach ja. 10 minus 2 minus 100. Hm. 10 minus 2 minus 100. Hat das was hier mit zu tun? Hier was 10 minus 2 minus 100. Hm. Wo ist das? Ne. 10 minus 2 minus 100. Ich finde mir doch irgendwie einen Hinweis. Was hat es eigentlich damit hier aus sich? Das verstehe ich auch noch nicht so richtig. Ja. Komm laut dich aus. Danke. Zum zum. Ach. Das ist so winzig. Das war ja auch. Das war ja noch. Ehh. So, das sieht man ja auch kaum. Ok, drücken. Drücken. Ach du Sau. Ja, das wird ja kaum. Ok, machen wir nochmal. Ich glaube, das müssen wir schaffen. Ja, ich als alter Jumpman-Ran-Fan. Aha, man darf es gar nicht berühren. Du Kacke. Also hätten sie diesen kleinen Monitor mal ein bisschen größer gemacht, wäre ich jetzt nicht böse drüber. Ich habe es gemerkt zur Zeit. Okay, jetzt kann es sich bloß um Wochen handeln. Ich hoffe mal, bis Weihnachten habe ich alles hochgeladen, alle Teile. Das war ja eigentlich so der Plan. Dass dieses jetzt Play bis Weihnachten durch ist. Entschuldigung, dass ich mich noch ruhig bin. Da muss ich mich konzentrieren. Scheiße. Länger als bis 10 können die doch jetzt wirklich schon nicht verlangen, oder? Das geht auf die Augen. Dieses winzige Bild. Das muss doch verrückt sein. Also dass sich das einfallen lassen hat, den müsste ich jetzt leider. Typisch Grafiker. Oder Map-Designer. Oder Rätsel-Hinbauer. Das geht auf die Augen. Das ist unnormal. Ich war doch drüber. Ey, meine armen Augen. Oh, nehme ich jetzt nicht wieder rollen. Ey, ich kriege ja gleich einen Anfall. Ich denke, das ist ein ruhiges und beruhigendes Spiel. Also ein bisschen mehr Größe hat den Monitor wirklich nicht gesch... Ach, ich muss mal aufhören. Das geht auf die Augen. Das ist unklar. Oh, das geht auf die Augen. Ach, dass das so winzig ist. Mein Monitor ist nicht gerade klein. Nein. 10 minus... 2 minus 100. Das ist 0,92. 0,92. So. Ach, das war kein Hinweis. Ich gehe jetzt mal hier raus und gehe mal in die andere Seite rein. Vielleicht gibt es da noch das Rätsel zur Lösung. Das war es natürlich oben. Und dort sitzt die hinten. Neues Lied freigegeben. So. Wo macht es denn hin, dieses kleine Ding? Was ist denn? Schauen wir uns hier mal um. Mhm. Das konnte doch machen. Schauen wir uns hier mal um. Okay. Es scheint keinen Strom zu geben. Hä? Ach du Kacke. Ach du Liebeslischen. Was ist das denn? Ach du Gott. Öff. Ich habe noch absolut keinen Anhaltspunkt. Scheiße. Na das sieht ja witzig aus. Mhm. Hier können wir auch was aufmachen. Machen wir das natürlich mal. Uh. Was ist das denn? Das nehmen wir natürlich mit. Eine Kurbel, hm? Ja. Könnte eine Kurbel sein. Da benutzen wir doch mal. Sieht aus wie hier nicht. Dass man hier bestimmt die Kurbel dran benutzen kann. Ah. Ich bin nicht bei Monkey Island. So. Hauen wir mal die Kurbel hier. Vielleicht wird das hier was. Ich bin nicht bei Monkey Island. Ich bin nicht bei Monkey Island. Ich bin nicht bei Monkey Island.